Musik Fan Wang Gong ist eine daoistische Qigong-Übungsmethode, die Professor Tsung in den 80er Jahren nach Deutschland und Österreich gebracht hat. Das Praktizieren der achtteiligen Übungsserie zählt sicher nicht zu den einfachsten Übungsformen, die ich kennenlernen dürfte. Die Reihe zeichnet sich durch intensive Spiralbewegungen, Einbeinstände sowie Vor- und Rückbeugen aus. Nach einiger Übungspraxis wird körperliche Ruhe entstehen. So gedeihen die Energie Qi und die Essenz Jing. Körperliche Ruhe bewirkt die Sammlung und Ruhe im Herz und im Geist Shen. Gedanken und Gefühle beruhigen sich. Wahres Wissen und eine wahre Natur treten in Erscheinung. So ist das Praktizieren der Formeln als ein alchemistischer Übungsweg zu verstehen. Ein Weg der Transformation auf körperlicher und geistiger Ebene. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020